und damit damit sind wir wieder da mit diesem schönen satz vom jörn coach hat ganze null treffer gelandet er ist so was geht denn jetzt ab coach guck wie eine schwuchtel der guckt richtig eklig ich brauche nur eine kampfwaffe so gut aus kommen alle hier hallo sos soll ich knippeln soll ich mal die tür öffnen habe ich die gerade mit der tür getötet das ist wie mit rechtsklick hauen und den gleichen effekt die tür zu öffnen ich bleibe hier drin draußen irgendwie lustig witch wo weiß ich nicht hier irgendwo auf dieser ebene ich kann die taschenlampe an wenn ich mit dem kopf schläger unterwegs bin cool soll ich die achse mal nehmen macht doch ich hab meinen kricketschläger aber ich zeige euch mal die axt eine scheiß axt genau so sieht es aus jetzt seht ihr gleich die achse in aktion zack ich hab ihn geknippelt ich hab ihn geknippelt alles blut ich will wissen wo die witch ist das marschiert so lang richter aus rohbombe in your face wie der wegschleicht die knippeln wir jetzt um ok ich hab meine axt bereit für morde ohr ey rohan oder nein da kommt noch ein jockey totgeprängelt das war gut wir humpeln hier durch oh man kann sich ja dunkel dunkeln in diesem spiel das wusste ich gar nicht das ist ja das finde ich schade man hat hier man hat diesen masseneffekt man hat nicht monster den überraschen oder ängstigen überraschenden effekt ist ganz schön groß würde ich sagen steht ja noch eine komm her hat sind ja festgeprängelt hallo wie geht's denn so ich gehe den nahkampf verserker suizid oh so säure spuckerin die hole ich mir ah lenni die prängelt mich tot dann werfe ich ne rohbombe rein ich bin immer dazu geneigt auf den schwarzen zu zielen die em gewundert gehe ich auf den schwarzen mit dem kricketschläger los weißt du die m4 ist mein gewehr ich hab die auch ist geil oh ich jetzt irgendwo hin treff die erstmal ok ich bräuchte nur nochmal einen anderen nahkampf auf die axt ruck gar nicht ne der kricketschläger rockt weil einfach so das wenige dahinter ich hab den gegner mit dem kricketschläger zack umgehauen ein kricketschläger ist ja auch ne echt stumpfe waffe ich glaub das rock bei zombies stumpfe waffen generell kann ich mir gut vorstellen katana nicht oder wie nein spitze waffen die haben ja kein schmerzempfinden die musst du weich prügeln die axt trifft nie ich bin gerade auch zu einem verfehl mit dem scheiß kricketschläger hihihi die kawattik die kawattik die kawattikbeule gezogen die ist adrenalin brauchst du nö ich brauch nix ich brauch doch mal einen kricketschläger vielleicht ein medikett da stehst du mit deiner wand rum he keine Ahnung er wollte sich verstecken und er wollte geld abheben scheiß hooligan ey vielleicht wollte er auch geld abheben oder kompapierer ich sehe es hat mich hast du deine bombe geworfen die gegner immer noch an ja die tippen da rennen die dahin ach so gut coach mit dem verbandszeugs verarzt namn arsch der kann da rumhumpeln mich mal bitte ja natürlich du hast es nötig dr nick ja die knüppel rosette oder wie heißt die ich bin dr nick du hast wenigstens ein arzt dabei ob ich habe niedergeprängelt vor allem niedergeprängelt ist auch kirkenschläger lass den doktor machen könnt richtig spaß machen cricket action wo willst du denn komm wir rush einfach durch kirkus was geht ab was geht ab 25 wenn jemand mir die kit hat wenn die kameran als hobby hast du wenigstens schmerzmittel oder sowas witzende mag ich stehe meine m4 kirkenschläger wenn der witz pokoll aber lieber wenn ich ehrlich bin ich glaube die gibt es ja auch so schön 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 wiedergeprängelt das ist noch etwas drinnen munition medica 1 du brauchst es nicht selbst teilen die halte ich mich alles ist so leise natürlich heilig beschädigt mich an dafür oder wie die halte die halte knüppel ich jetzt weg wo bist du ich hoffe hier oh oh hilfe hilfe wo was ja ich die stehen ja rum ich will kein feld die feier machen wo das bringt mich nicht mehr jetzt weil ganz viele zombies kommen anscheinend hilfe 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 wir müssen hoch kommt einfach hochlaufen dumme die dumme die dumme die dumme die ich bin auf dem weg björn hinter dir kommen nur einige gegner ich bin jetzt tot na genau geh du vor tank ihr macht das schon spruch du ein schwarzer macht das ich halte den rücken frei gott schnell halten wir den rücken frei coach hoch helfen am arsch scheiße ich finde das cool die dich zu töten die sind beide verwundet liegen am boden müssen dir mal helfen gehen nö die können sterben geh nur nach unten zu alice hier rennt irgendwo noch tank rum pass auf oh mein gott oh mein gott ich habe ihn wieder gestreckt der war im ersten teil wesentlich schwieriger ich meine den haben ja auch ja schon über das ding bearbeitet die anderen beiden ja gut dann haben sie sich verdient dass wir sie wieder beleben ich schulde den anderen Idioten was soll das heißen man du schuldest mir was ja du schuldest mir was der liegt unten wie auf dem servietteiler echt lecker lecker wenn ich dem gericht hoch helfe ey greift mir stammt ist wie ich aber dann war das bein abgeschossen was retten da hoch smoker hm na komm steh auf es geht dir gleich besser pass auf ist wieder hoch was hat dir gerade gesagt von fotzen und friseuren ja sowieso ähm übrigens das ist ein fsk 18 lp also du darfst ganz obszön werden und eklig was willst du das ist ein fsk 18 lp ich werde das vorher kennzeichnen dass man das nur ab 18 gucken darf deswegen wir werden hier total weil hier darfst du die sau rauslassen achso muss ich auch schwarz beleidigen und so ja alles was so hunter ich hasse die viecher ja hast du schon new kid geguckt neue erde der film nein oh lad dir den runter ne das ist so geil das ist wie left for dead los halt eben new kids style das ist so lustig ich finde es eher lustig die beim humpeln zu zu gucken wie du gerade wieder zurück gelaufen bist rumpel 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 ja warum wir ein bisschen lang ich weiß warte mal haben wir hier irgendwas nein wie er zurück auf seine knie gefallen ist guck das hässlich ding mal an in den Hals und so bleeeeeeh er sieht aus wie britney spears ii der sieht auch geil aus okay ich habe noch energie im vergleich zu euch dreien Ah, ich versteh's! Die Magnum schießt Körperteile ab! Ja, alle schießt Körperteile ab. Hunter, 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 Hunter! Hat er, hat er, hat er, hat er. Nimm Angst. Mit was schießt du da? Mit einem Jagdgewehr. Ach du hast ein Jagdgewehr? Achso. Ist tot. Ähm, Hilfe? 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 Ja, aber du brauchst Hilfe, er hat mich und die anderen zwei Leute umgeprängelt, das kill den! Hilfe! Ich kann nichts machen! Du bist ein Witzbold! Du bist so ein Witzbold, denn der Charter kommt rein, der rett an dir vorbei und haut uns drei um, weißt du? Hilfe! Nein, die hat sich an mir festgefressen, oh ich hatte mal eben im Vorbeigehen getötet. Ich konnte nichts machen! Du denkst, hätt ich ihn heute mitgerissen. Der hat sich ja von dem Rohrbock rüber geflogen. Ist doch hier nur ein Witch, dann... Die prängeln wir nicht nochmal nieder, die töten wir... Er hat eine Renze schon. Komm ich geb dir ein paar Headshots, warte. Hm, ich glaub auch. Ich hab ne Rohrbombe also. Töte sie! Ah, die geht auf mich hin! Ah! 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 Meine Güte ey! Das Spiel wird echt schwerer, die haben einen guten Spannungsbogen, es wird immer schwieriger. Ah! 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 Oder? Hm. Immer noch. Die ist ja fast... Die feiert ja bald Jahrzehnts... Jahrzehntsbestand oder so. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll am besten, aber... Ah! Der Schw... Der Schwatter hat eine Midlife-Crisis, hörst du das? Hm. Wir sind eh ausgestattet mit unglaublich viel HP. Jumper! Jockey war das. Ja, die... Jumper ist ein Hunter. Ja... Sehen für mich immer gleich aus. Hebe ich mir auf! Macht schon jemand für mich. Das ist ein Hunter! Ah! Der hebt mich nicht auf! Hebt mich nicht auf! Hebt mich nicht auf! Hebt mich nicht auf! Oh, toll! Daneben! Und ich hab übrigens keine Munition mehr. Nächster Schlag bedeutet den Tod. Kann ich irgendwie mal die Tibrillator mal in die Hände schmeißen? Hä? Ja, lass ihn... Lass ihn fallen! Habe ich? Nein. Weil ich bin letztlich mit dem Jahr. Hm. Das ist natürlich praktisch. Ich hab irgendwas falsch gedrückt, glaub ich. Erste Verbindungsversuch... Erneute Verbindungsversuche zum Server. Autodisconnect in 20 Sekunden. Björn? Was hast du getan? Komm wieder rein, schnell! Zehn, neun, acht... Sechs... Fünf... Vier... Drei... Zwei... Komma acht... Oh mein Gott! Du Hund, ey! Dachte schon, ich muss hier wieder neu spielen komplett und alles. Du hast hier beiden... Ach, du schützt uns. Ich muss jetzt wissen, wie jemand die Sachen abwirft. Moment. Wenn ich jetzt draufgehe, dann muss ich mich mal defibrillieren. Deck verwenden. Der Frau gebe ich gerne eine Massage. Was zur Hölle, was zur Hölle, wo? Ihr macht das schon, Coach. Ähm... Ja... Ich denke es nicht. Habe ich schon erwähnt, dass ich keine Munition mehr habe? Geht wohl nicht. Okay. Dann wirst du halt sterben. Halt dich zurück. Spucker! Schieß ihn ab! Äh... Björn, du musst jetzt snipen. Ich habe nur noch die Marken um. Da ist ein sicherer Raum! Rein da, lauf einfach rein! Lauf, Björn! Lauf! Humpel! Humpel! Katar! Humpel! Humpel! Hier kommt nicht wieder rein! Ey! Jetzt komm rein! So, Leute! Damit würde ich sagen, auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Björn und ich sterben am laufenden Band! Auf und out! Bis zum nächsten Mal!